Gebs Leben? Leben, komm her! Uah! Scheibe ist, äh! Ich bin voll verfolgt! Hilfe! Ein paar Stühle zwischengeklatscht! Schnell weiter! Doch, okay, der hat sich hier in gebückter Halter durchgebottelt. Und Mio aus! Nachladen! Jetzt volles Kariba! Kariba! Andere! Ey, du! Pass mal auf! Beim Buddeln! So, Leben, komm! Schnell springen hier hoch, springen hier hoch! Ich hoffe, hier werde ich nicht entdeckt. Und wenn? Ich werde mich voll erschrecken! Zerschwere ich! Hilfe! Ich habe Angst! Oh! Oh, das war einer von uns! Komm hoch! Leibst du noch? Ich glaube nicht! Wir haben ihn verloren! Oh, letzte Minute! Gut! Dann wollen wir mal zeigen, was wir können! Headshots verteilen! Du stehst aber echt super! Help, please, guys! Okay, wir helfen dir! Zack! Schade! Läuft er weg, ey! Oh, schade! Hat getroffen! Hey, Top Runde aber! Extreme actiongeladen! Geh mal kurz weg! Tschüss! Yeah! Gut! Schöne Runde! Doch, was kommt jetzt? Was, 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 was? Zerstörungswahn! Bam! Ich glaube, da hackt doch jemand von unten unsere Basis kaputt. Und da wir das nicht dulden... Ich höre doch da was. Egal. Egal. Lassen wir unsere Basis halt schwinden. So wichtig ist es dir jetzt auch nicht. Boah, Snapper! Scheibenkleister. Ah! Ah! Nein! Aua! Da! Ach! Du rettest mir dein Leben. Danke. Okay, okay. Nein! Nein! Verdammt! Gar nicht gut. 4, 3, 2, 1 Hätte ja klappen können. Aber ich komme nicht hoch genug damit. Ah! Ah! Egal. Ich hoffe, nicht jeder hat es verstanden. Diesen doppeldeutigen Sinn. Der eigentlich nicht da sein sollte. Scheiße! Wieso kommt dann ausgerechnet da jetzt einer? Hm. Okay, wir sind gleich weg. Ey, du! Ey, das ist nicht fair. Geh mal kurz weg. Alter! Der hat sich aber lang gehalten. Weißt du was? Kameradenschweine! Ha 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 ha! Wir zerstören unsere eigene Basis! Feuer! Ha ha ha! Es ist voll idiotisch. Wir brauchen Munition. Ha ha ha! Also ich brauche Munition. Na los! Und durchhauen! Also das mache ich doch gut. Also, ich bin Zerstörungsmeister. Vielleicht an der falschen Basis. Vielleicht an der falschen Basis, aber es fällt nicht auf. Überd chor in der falschen Basis. Ich brauche was. Pfff! oh guck mal sieht man mich sogar noch die bombe in die luft fliegt ich mache jetzt noch mal ein bisschen scheiße das war nämlich witzig zerstört unsere basis jungs das macht das macht mir mehr spaß guck mal so geht das und der baut nicht bauen junge du hast das falsch verstanden kaputt machen junge so guck mal ich bin ein spion im auftrag der königlichen majestät ich arbeite ich für die grünen das darf niemand wissen wieso fällt das komplett nicht zusammen hier so ich tue mal so als würde ich mithelfen was ich natürlich nicht mache ich mach mit helfen wir mal helfen wir mal das ding muss komplett zusammenfallen von unten ne geile idee warte ich helfe doch mit ich bin grün versteht das doch nein nicht super i am queen was stehen die daran nicht also wirklich mein sie sind voll farbig hier siehst du guck mal so macht man das tag ich helfe den grünen und dafür schießen sie mich ab das ist aber nicht sehr nett so hier hätte ich mich eh abgeschossen weiß ich die machen das top einfach nur da letzte jetzt müsste es eigentlich zusammenfallen oder nein schade fall doch ich will dass du fällst hey nicht abschießen ich bin auf eurer seite jungs bloß nicht abschießen ja geil wieso stürzt das nicht ein hey mich nicht i am a friend i am a green oder blue oder irgendwas friend auch wenn jetzt eine sagen ich bin scheiße bin ich da hat da recht hey grüner so macht man das heutzutage hey nicht mich abschießen egal aber es war witzig haben wir heute mal ein bisschen scheiße gebaut nächste folge machen wir wieder ganz ernst natürlich weil es ja auch so ein erstes spiel ist so jetzt habe ich noch eine wunderschöne idee la 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 wir haben die strippe gezogen und bämm ok dann bis morgen bei einer nächsten folge von ace of spades ich weiß nicht wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe vielleicht sind es auch schon zwei folgen bis morgen oder so keine ahnung sagen wir einfach tschüss aus dieser aufnahme wir sehen uns tschau da bin ich wieder in ace of spades wo ich gerade einfach mal eine neue aufnahme starte die auch gar nicht lange gehen wird ich mache jetzt nur eine aufnahme um das restliche was ich von der letzten aufnahme habe auf 20 minuten voll zu packen so halt wie alle meine folgen sind wenn man es auch immer schon ringelmäßig ist habe ich mir gedacht ich mache das jetzt immer kurz das ist gerade erst 7 uhr 26 und ich muss auch gleich weg aber habe ich mir gedacht da kann ich doch vorher noch kurz aufnehmen das dauert doch sicher nicht lange dann mache ich das jetzt auch danke für die spärliche brücke alter da schießt er mich noch runter oder was ach junge so da jemand ist hier kein okay warum die denn eigentlich ihre basis ist das da ihre also von dem blauen hat man ja rakete reinjagen ah ne da hinten ist sie die uhr hab dich gesehen ey scheiße na blödes loch geh weg zack geil oh zwei gleichzeitig cool wie habe ich das denn hinbekommen ey dieses blöckchen 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 keine ahnung mein computer kann die schriftart nicht der ist aber auch immer mit dabei nein war hilfe Alter. Ich glaube, die mögen es nicht, wenn man sich da rumtreibt. Ähm, so. Ja, und ich nehme jetzt schon mal auf, weil ich habe gedacht, dann kann ich meine Folgen, Tony Hawk habe ich schon im Kasten, kann ich die gleich hochladen und jetzt noch erst aus Wels. Und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich fertig und kann gleich wieder aufnehmen. Oder auch mal was anderes zocken oder so. Keine Ahnung. Ich war ein Freund von mir, hat auch Ace of Spades und der hat mich, wir wollten eigentlich gestern schon spielen, nur da war ich gerade auch hochladen und wie gesagt, mein Internet ist nicht so strapazierfähig. Deswegen konnte ich da gestern nicht mit ihm zocken. Wow. Ey, geh weg. Penner. Ich glaube, ich sollte nicht so viel quatschen. Ach, Menno. Da ist dieser Hinweg ist aber auch so weit. Ui. Wer stellt denn hier in der Mitte eigentlich so ein Ding, ey? Pfeift ist hier im Hintergrund immer so? Oder sind das die Vögel von draußen? Ah, okay. Letzte Minute. Ne, ich glaube, das war von draußen. Oh, schade, hier komme ich nicht lang. Bum, 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 bum. Scheiße. Hm. Fällt mir gerade ein, dass ich auch noch rendern muss. Und so lange kann ich auch gar nicht hierbleiben für Ace of Spades. Also werde ich Ace of Spades doch erst heute Mittag hochladen. Alter. Aber was kann ich machen? In der Mittagspause kann ich eben nach Hause gehen. Das Hochladen beginnen. Fertig. Passt doch alles. Also meine Tagesplanung ist perfekt. Und das war's mit der Runde. Und ich nehme jetzt auch gar nicht weiter auf. Ich mache jetzt wieder einen Aufnahmestopp. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao mit SCH. Aufnahmestopp. 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 Aufnahmestopp.